Super. So. Wenn ich die einigermaßen mit dem Schwert safe mache... Boah. Das war knapp. Ah Mist. Warum hast du dich denn da nicht festgehalten, Mädchen? So. Und mal gucken. Vielleicht können wir das nächste Shanté. Ich habe ja zwei von denen. Vielleicht hole ich mir noch mal ein paar. Ja, beim nächsten auch noch mal let's playen. Shanté Half-Genie Hero. Ich glaube, das war dumm von mir. Die brauche ich zu hoch. Mal hören. Schaffe ich das überhaupt so? Ne, wenn ich das einmal mache, geht das nicht nochmal ein zweites Mal. Okay. Ähm, ich will mal was probieren. Hier, dann nach oben. Nein! Hier werde ich verkacken, aber ich muss es irgendwie schaffen. Sprüche ist... Ne, okay. Bum, 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 bum. Ja, ich bin echt zu blöd für sowas. Bolo! Du böser, böser Bubi, du. Das ist bestimmt die Rache, weil wir dich nicht in das Wüsten-Level mitgenommen haben, wo die Mädels leicht bekleidet waren, ne? Du kleiner Lustlegen. Da sagte genau der Graf. Du arbeitest für den Techno-Baron? Klar, warum nicht? Ich trage eine Brille. Er meinte, ich sehe super clever aus. Also hat er mich zu seinem Assistenten gemacht. Äh, endlich würdigt mich mal jemand. Ich fühle mich wie im siebten Himmel. Na klar, wir sind ja auch zig Meter in der Luft. Schau, ich will nicht gleich am ersten Tag etwas falsch machen. Wollen wir dann noch ganz kurz was zu trinken. Anchenkt, Entschuldigung. Gluck, 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 gluck. Wow, 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 wow. Ah, oh, Glück gehabt. Jetzt hätte ich es beinahe überschäumen lassen. Keine Angst, es ist nur koffeienhaltige Limonade. Ich werde doch nicht besoffenen Let's Play aufnehmen oder streamen. Das behalte ich mir für Super Mario 64 vor. Werd mir Bock haben dazu. Ich will nicht gleich am ersten Tag etwas falsch machen. Kann ich machen? Nur noch die letzten Handgriffe an diesen Linksbums. Äh, es ist für den Ammo Baron in Shuttle Town. Der Techno Baron sagt, es wäre super wichtig. Was machst du denn? Keine Ahnung. Also du bist mein Freund. Das warst du schon immer. Ich kann auf dich zählen, oder? Ähm. Hier, nimm! Du hast die Zielvorrichtung erhalten. Ähm. Ist jetzt die Frage... Warte mal, ich will erst noch mal nach... Ne, nach links, da war ja... Von links kam ich ja Okay, 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 okay. Okay, so funktioniert das also. Ähm. Ich bleib mir hier so ein bisschen in der Mitte, falls ich irgendwo nach links oder rechts muss. Ähm. Na, von da kam ich. Okay, das war dumm von mir. Ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss, aber jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert. Ja, wenn man es einmal drauf hat, wenn man einmal den Crew raus... Wenn man einmal den Clou raus hat, dann geht's eigentlich. Ja, komm, speichern wir mal. Ist die Frage, ob wir wahrscheinlich... Müssen wir das Ding den Techno Baron abgeben, oder müssen wir das nach Shuttle Town bringen? Ich könnte mir auch mal ein Herzchen fallen lassen, diese Lübbel. Na gut, zum Glück haben wir das. Na, das war jetzt nicht so... Okay, es klappt also irgendwie. Ähm. Die Frage ist nur... Nee. Das hat jetzt so nicht geklappt. Okay, ich dachte... Wenn ich jetzt hier vielleicht nach oben könnte. Noch. Na gut. Ähm. Dann mach ich das anders. Ähm. Ähm. Wir kriegen ja später hier noch ein neues... Wie heißt, wir kriegen hier später noch ein neues... Ähm. Bumsbums. Yeah. Zwei. Fast... Fast zwei mit einem Streich. Ähm. Autotrank hab ich noch. Ich nehm mal einen. Zum Glück hab ich mal ein bisschen abgefarmt und, ähm... Mich mal mit Items versorgt. Jetzt einfach nur noch strakt runter, Mädchen. Schön langsam. Wir wollen ja nicht, dass du in die Tod springst, ne? Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ich wollte sagen, jetzt einfach mal strikt nach unten, aber... So, von hier kam ich. Oder beziehungsweise da bin ich lange gekommen. Komm, opa, ma, 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 ma. So, ähm... Ein paar Sekunden. Da muss ich noch mal ganz kurz... Ähm. Ein bisschen Luft reinlassen. So, schön lang sieht man so aus. Aber... Da wird die Luft immer so stickig. Jetzt war ich doch lieber... ...energie, indem ich mich ein bisschen zudecke. Und... Jo. Super. So, hier kam ich lang. Das bedeutet eigentlich theoretisch für mich nur noch... ...Strick nach unten. Komm, einfach nach da... ...und dann hier nach links. Super. Äh, ne, Moment. Muss ich nicht nach rechts im Technobaron? Ich meine, das wäre so gewesen. Ne, okay. Lauf, 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 lauf. Lauf, Mädchen, lauf, 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 lauf. Schneller. Mist, ich dachte, ich könnte hier durchbreddern. Muss ich vielleicht hier zurück? Weißt du? Um dem Technobaron die Zielverrichtung zu geben? Ich will's nicht machen. Das ist ja das Problem. Ich weiß ja, was er damit vorhat. Oder ich weiß es nicht. Aber er hat's ja angeteasert. Ich will den Arschkeks eigentlich ungern helfen. Vielleicht kann ich die ja unserem Onkel geben. Aber es könnte natürlich möglich sein, dass der uns dafür ein Item gibt, was wir brauchen. Von daher... Also bei der ganzen Schaden, den ich hier der Chantill zufüge... Bin ich eigentlich über jedes Speichern froh? Herzchen! 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 Yay! Herzchen für Chanté! Ab in die Comments damit! Herzchen für Chanté! Das wird ein Running-Get! Hashtag Herzchen für Chanté! Aber... Au! Komm her, du Ratfi, du elender Blöder! Böse! Uuuuuh! Ja gut, so ein 8er Damage, ne? Ich weiß nicht, wie viel Damage der macht. Aber wenn der so 8 macht, das ist dann schon ein fettes Herzchen, ne? Und der hat 10 HP ungefähr. Auf jeden Fall mehr als 8 und entweder 10 oder weniger als 10. Ja, der macht 6 Damage. Mh. Das ist dein fucking Ernst? Lauf, Chanté, lauf! Mach die Wölfe platt! Hast du mit meinem Assistenzen? Ja, hab ich. Tritt dir mit den Hintern, wenn du musst. Hab ich doch schon. Ich hab doch den ganzen Shit. So, da will ich aber nochmal zurück. Na, ich glaub, das hätte ausgereicht. Und Feuer frei! So, weg mit dir, du elendes Rattenvieh. Gucken euch an, diesen bösen Wolf. Wie gesagt, nix gegen Wölfchen oder so, aber der sieht schon echt ein bisschen mies aus. Vor allem fressen die unsere Chanté und droppen, wenn überhaupt, mal ganz selten ein Herzchen. Ziehen uns aber 8 Stück ab. Äh, 6 meine ich. So, Shuttle Town. Jetzt müssen wir das dem Techno Baron bringen. Äh, dem Dingsbums. Ja, komm. Gehen wir nochmal baden, hm, Mädchen? Das ist schön. Ist gut für Körper und Seele. Blub, 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 blub. Okay, wir lassen sie mal Luft holen. So, nach dem, nach so einem kalten Dingsbums ist es immer ganz gut. Ich hab keine Ahnung, wie immer diesen Flug bricht. Äh. Zielvorrichtung, kann ich sie haben? Klar, schwupps. Na gut, er ist angekommen. Das ist großartig. Peng, gute Arbeit, Bürger. Ja. Ich brauche immer noch diesen Tauge, nichts Barracuda Joe. Wo ist er? Oh nein, ich habe gehört, dass es auf der Spinnennetzinsel Zombies gibt. Vielleicht haben sie ihn gefressen. Ich sollte mal jemanden rüberschicken. Äh, auf der Spinnennetzinsel Barracuda Joe. Hab ich hier irgendwas? Nee. Spuckinsel gibt's Zombies, ne? Spuckinsel war das. Ach, ich hab jetzt gerade selbst nicht aufgepasst, weil ich gerade am Schwätzen war. Äh. Oh nein. Das ist ein Spinnennetzinsel. Spinnennetzinsel, okay. Ich werde aber trotzdem nochmal in den Item laden. Ähm. Nee, was kann ich mir denn holen? Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt alles relativ häufig. Hier, Shampoo, Pistolen, Upgrade, Schliff und so weiter und so fort. Finde ich gut, dass man Auto trank. Nehme ich mal drei Stück. Komm, warum nicht? Sieht doch ganz gut aus. Ein paar von den Trinken da zu haben. Warte mal, vielleicht habe ich ja irgendwas für den Bürgermeister. Ja, ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß das schon. Hm. Die Sonne, die kann Gläser, Supermonster-Milch. Achso, von der habe ich noch eine. Nee. Ich will nur mal zum Onkel. Shanti, hast du irgendwo Bolo gesehen? Da scheint verschwunden zu sein. Soll ich, glaube ich, war aber ein toller Assistent. Ach, Onkel. Ich habe ja nicht gedacht, okay, okay, okay. Bei was? Ja, komm, passt schon. Bolo arbeitet jetzt für den Ammo, äh, für den Techno-Baron. Beziehungsweise für den Techno-Baron. Ähm, nee, ich kann dir sonst nichts machen. Barracuda Joe. Ich gucke mir das nochmal auf der Zombie-Insel an. Ist halt die Frage, ob ich da irgendwie... Hier haben wir ja alles. Was das bedeutet, ich weiß, was das bedeutet. Ich muss ja eigentlich... Ja, Fleischlöscher und so einen Scheiß brauche ich auch nicht. Das bedeutet, wir können eigentlich nur noch... Hier kann ich eigentlich richtig Kohle machen. Wumm, Bum, 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 Bum. Oder einfach einer durch. Das wäre cool. Aber brauch ich eigentlich nicht. Barracuda Joe. Wo könnte der denn sein? Wenn. Vergiss es, du blöder Geist. Ah, Mist. Ja, das war jetzt nicht so schlau von mir. Herzchen, Herzchen! Holze rum? Ne, hier lang geht's noch. Ach, ich bin auch echt zu blöd, was das angeht. Lass mich raten, da holt sie jetzt rum und sagt, ja, nö. Ist der Paracuda-Jone ich derjenige, der, äh, Dingsbums? Oh, ich muss natürlich direkt zurückspringen. Ähm, genau, hier holt sie rum und sagt, nö, 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 nicht nochmal da lang. Ne, das macht sie nach dem Speichern. Okay. So, wenn alles gut läuft. Oh, dieser scheiß Zombie, der verhindert's. Der verhindert, dass ich hier... Der verhindert... Na, hat geklappt. Super, jetzt einfach durch hier. Ja, ach, dieser scheiß Grab, ey. Komm, hier einfach obbe durch. Der Käse, ach, gegessen. Hallo, ich war im Schwertmodus, da kannst du mir nichts machen. Ähm, ich guck das hier nochmal ganz kurz durch, aber ich glaube nicht. Ist das nicht der vielleicht? Ne, ne? Ähm. Ich frag die mal.